Hey! Hallo? Ja? Ah, was geht's? Oha, Dicke! Also du wolltest einen One View on? Okay, komm! Geht! So, wollen wir auf meine oder deine Map? Ja! Ja, lass bei mir! Okay, willst du goldene pumpen oder blaue? Ich lass goldene! Okay! Ja, irgendwie kann ich nicht aufmachen! So! Oh, ich bin trash! Oh, ich bin trash! Oh, ich bin übertreib! Oha! Ja! Ja! Er betreibt komplett, Heldä! Dicke! Oh, okay! Dicke! Oh, okay! Dicke! 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 Okay! Dicke! 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 Ich hab mich so verloren! Woah! Oh, high ground! Ehre! Situ kampf! Papa Ja du bist komplett krass in dem game Holy shit Digga ich kann gar nichts machen G-G Aber du hast mir den guten hit gegeben Digga Hey Digga Du hast mir den kill gelassen hast Boah Ich ne mies am flex Hä? warte ich hab ne 116 abhängen warte ganz kurz okay es muss wieder gehen und halb klar also ich bin mega komisch ich bin einfach ganz normal normaler controller ich verbar mich die ganze zeit naja so halb ich habe hier programm das haben wir nicht so gut geklappt Wollen so viele Leute mit dir zocken? Also so dass du den ganzen Tag so sag ich jetzt mal voll ausgebucht bist oder wie ist das bei dir? Ausgebucht? Ich spiele eigentlich spiele ich gerade nur mit Freunden Ich wäre froh wenn mir gefühlt einer in eine Antwort schicken würde Hier geht's Hier geht's Spiele du gerade oder spielst du so deine normale Spieleweise? Ich spiele normal Ah boah Ah nice come Hey Digga Das ist komplett unfair alter du bist halt einfach Videoausgabe rund Auf 720 oder so Das ist auch kein FF Ey Nein du vergesst mich nicht Ach man alter Ich habe Angst ich will gar nicht runterkommen zu dir Ja das war's dann komplett Haha Shit So Besser weg Oh Ich muss los Aha Ja Keine Ahnung woher du mit dabei Ach Langsam Hast du schonmal ein 101 in deinem Leben verloren oder? Ja ok Digga Entschuldigung Wir haben nur hier Es gibt Die 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 nein ich werde gebeten fanboy sendung oh der double edit oh 100er hit Wenn ich das 1-1 gewinne, dann wirst du mein neuer Duo-Partner. Ey, das war wahrscheinlich der echte, ne? Komm, neue Duo-Mate. Ja, wenn ich gewinne... Nein! Das war's. Die Chance auf einen krassen Duo-Mate. Ja, da ist sie wieder! Digga-Sonne. Ah, Alter, pingel! Meadey, Meadey, Meadey! Ey, ich meins nicht so, sorry. Das war alles, was ich getan hab. Komm, Rat. Ich will einmal gewinnen, bitte. Angst. Bruder, das mit den Ohren... Das mit den Ohren... Das mit den Ohren sieht so anders... Mit den Rohren sieht anders so schlecht aus. Oh, Bruder! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin einfach weitergesprungen. Ja, gut. Ich hab geschätzt, wo du bist. Komm! Ich hab...